Willkommen zum Frequent Traveller TV heute Abend mit einem neuen Thema, was positiv ist in meinen Augen. Und zwar ganz einfach hat Sir Timothy Clark, das ist der CEO von Emirates Airlines, bei Bloomberg ein Interview gegeben. Und bei dem Interview hat er auch eine kleine Aussicht gegeben, was so Neues kommt. Und eine Aussage, die bemerkenswert war in meinen Augen, ist, dass er damit rechnet, dass Ende 2022 wieder alle A380er in der Luft sind. Bis auf die, die man abgegeben hat. Also planmäßig werden ja einige jetzt ausgeflottet oder vielleicht dann auch verschrottet. Also eine ist ja schon aus Dubai weg in weißer Lackierung. Also insofern ist das planmäßig. Schauen wir mal, was passiert. Aber dann das zweite war, ist ein Gerücht, was ich auch schon seit zwei Jahren, drei Jahren in Dubai gehört habe, dass Emirates ernsthaft darüber nachdenkt, eine Premium-Economy zu bekommen. Das heißt, ein Produkt, was Timothy Clark immer abgelehnt hat. Er hat gesagt, wir sind First Class, wir sind Business Class, wir sind Economy, wir machen drei Klassen. Es macht keinen Sinn, da noch eine Klasse zusätzlich einzubauen. Jetzt ist es aber wohl soweit, dass es eine neue Klasse gibt und zwar die Premium-Economy-Class. Man kennt das ja von anderen Fluggesellschaften, British Airways oder Lufthansa bieten die ja zum Beispiel an. Und ja, also im Prinzip ist ja nichts anderes passiert, als dass die First Class sich so weit weg bewegt hat, dass man jetzt, was früher eine First Class war, Business Class nennt. Und dann ist es halt jetzt diese Lücke, die da entstanden ist. Also diese Lücke von den Sitzen, die wir alle gehasst haben als Business Class, die einfach nur ein Recline haben, also die nicht voll flach sind, sondern die halt so einem 170 Grad oder irgendwas in der Richtung als Rückenlehne hatten. Und das ist jetzt das quasi, was vor 30 Jahren, und das sagte auch Sir Timothy Clark in dem Interview, als Business Class kannten, ist jetzt Premium Economy. Also das heißt, dass man, ja, man hat eine Vierklassenbestuhlung in den Flugzeugen, aber am Ende des Tages, die First Class wird ja immer weniger, also hat man wieder zurück drei Klassen. Und damit hat man dann den Namen dazwischen geändert und hat das dann dafür eingebaut. Ja, wie sieht das Produkt aus? Es gibt eine Firma, ich schicke euch mal ein Bild direkt hier rauf, eine Firma, die nennt sich HaEco, und HaEco hat in einem Statement gesagt, dass es eine, ja, eine Premium Economy gibt, die bei einem mittlerer Osten ansässigen Fluggesellschaft eingebaut wird. Damit ist Emirates übrigens auch die erste, die es hat. Und damit verdichtet es sich, dass es sich um diesen Eklips-Kabinensitz handelt. Dieser Eklips-Sitz ist ein Hartschalensitz, heißt also, dass man den eigenen Raum nicht durch die Vorderrücklehne in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt bekommt. Man hat dann auch noch einen Vorteil in meinen Augen, dass man auch eine Privatsphäre hat, die man in der Tat nur von der Business Class bei Emirates kannte. Also, ich kenne Business Class, ich möchte keine Namen nennen. Da ist diese Business Class weniger abgeschottet zum Nachbarn als diese Premium Economy Sitze. Abgesehen davon sind sie auch so leicht verschoben. Das heißt, man sieht den Sitz, der am Fenster ist auf dem Bild. Der ist weiter nach vorne als der zweite. Und damit gibt es halt nochmal etwas deutlichere Distanz zum Nachbarn. Dann die Komfortfrage. Das heißt also, dass man beim Komfort bei den Sitzen einen sogenannten versetzten Sichtschutz hat oder versetzten Sitz mit festem Sitzschutz hat und in dieser Zero-G-Configuration angeboten wird. Das heißt also, dass man damit wirklich einen Sitz hat, der seinesgleichen sucht. Gut, ich zeige euch direkt das zweite Bild. Einmal umschalten. Man sieht das von oben. Da sieht man auch nochmal das Gestackerte. Man hat auch da so eine Klappe, wo man auch noch vielleicht Sachen unterbringen kann. Ich weiß es nicht. Also, von dem Sitz selber habe ich noch kein Demo oder sowas gesehen persönlich, weil die Messen ja alle irgendwie, ja, alle abgesagt worden sind. Ja, also da sieht man das ganz einfach. Und dann gibt es natürlich noch einen Sitz, also denselben Sitz aus der anderen Perspektive. Ähnlich wie beim ersten Bild, wo man halt wirklich nochmal das Versetzte sieht, aber auch den großen Bildschirm sieht. Aber ganz wichtig, dieser Sitz hat nur einen Recline. Ich sehe gerade auf dem Bild, das sieht auch so aus, als ob die Armlehne nach unten vielleicht zu verschieben ist, um noch etwas Platz zu bekommen. Oder es ist einfach nur eine optische Täuschung dadurch, dass man da halt bei diesem Rendering, dass man da diesen Abschluss nicht so ganz hingekriegt hat. Aber das ist eine ganz interessante Geschichte. Und was in meinen Augen bei der Premium Economy, bei Emirates halt wieder wirklich ins Auge sticht, ist, diese orientiert sich an der Business Class. Das heißt also, ihr habt nicht einen Sitz, der sich nach unten orientiert, sondern nach oben hin orientiert. Und genau so hat auch Sir Clark gesagt, dass es sein wird beim Service. Der Service orientiert sich eher an einer Business Class als an einer Economy Class. Die Lufthansa zum Beispiel hat ja die Premium Economy eher an der Economy Class angeordnet, aber den Preis bei einer Business Class. Bin böse, ich weiß, sorry, ich konnte es mir nicht verkneifen. Aber ihr wisst, was ich meine, wie ist eure Meinung dazu, was glaubt ihr? Ist das der richtige Weg, dass man sich eher oben orientiert an der Business Class? Kannibalisiert das nicht die Business Class? Ich weiß es nicht. Es gibt noch ein Bild, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ist das, wo man sieht, wie die Sitze in der Bestuhlung sind. Also das ist jetzt so eine traditionelle 2-2 Business Class Bestuhlung in der 737. Man kennt das ja zum Beispiel aus der Single-Isle-Geschichte, auch bei dem A318er, der von British Airways als BA1 geflogen ist. Heißt also, dass man da halt diese Sitze nebeneinander hat, ganz normal, und über den Nachbarn drüber klettern muss. Muss man natürlich bei dem Premium Class Sitz auch. Aber man sieht ja bei der Variante, dass es eine sogenannte Enhanced Premium Class gibt. Das heißt also, wo der Sitz noch ein bisschen mehr verschoben ist zur Seite, dass man noch mehr Privatsphäre hat. Und auch in der Version da drüber sieht man auch nochmal, dass es eine 2-3 Kombination gibt. Also auf der linken Seite hat man zwei Sitze, auf der rechten Seite drei. Und vorne nochmal einen Trolley-Stauraum. Und auf der vergleichbaren Fläche hat man anstatt 16 Packs, hat man da 18 Passagiere, wenn man die drei von der Premium, von der Economy noch dazu zählt. Und dann drunter ist es nochmal auf einer 787. Die Premium Economy Bestuhlung in einer 2-3-2. Und diese 2-3-2 Bestuhlung hat 56 Passagiere. Und wenn man die 2-4-2er nimmt, dann hat man eine 64er Bestuhlung. Das heißt also, dass man, wenn man es mit einer Premium Economy direkt vergleicht, dass da ein wesentlicher Mehrertrag möglich ist. In der heutigen Zeit ist Mehrertrag natürlich utopisch. Man kann froh sein, wenn man die Flugzeuge voll kriegt. Ja, das ist so die Geschichte in meinen Augen. Also damit man mal wirklich sieht, was das mit der Premium Economy heißt. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Business Class von heute, wo man ohne, dass man über den Nachbarn steigen muss, einen Gangzugang hat. Deshalb sind die meisten Business Class mittlerweile ja auch alle 1-2-1 in den Flugzeugen. Aber es ist ein interessantes Konzept für Flüge, wo sich eine Business Class vielleicht nicht lohnt. Und in meinen Augen, ich sage jetzt einfach mal, was wäre denn ein Flug, 4 Stunden, 5 Stunden oder sowas. Da wäre so eine Business Class in meinen Augen nicht unbedingt von Nöten. Aber so ein Sitz wäre ja schon mal toll. Und wenn man das auch sieht, wie der in der 737 Max, sollte übrigens gelauncht werden, aber da die Max ja gegroundet war, kam es da nicht zum Launch von dem Sitz. Das nur als Zeitinformation. Auf jeden Fall zurück, wenn man halt wirklich jetzt auch mit diesen Airbussen A321, XLRs stundenlang über den Atlantik kachelt nach Nordamerika oder aber dann in die andere Richtung. Vielleicht wäre das ein Sitz, den man einbauen kann und dann für solche Kurzmittelstrecken als Business Class verkauft. Ich weiß es nicht. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit in meinen Augen, um das Produkt deutlich aufzuwerten. Ich fand diese Information heute relativ gut und wichtig. Deshalb habe ich die euch auch einfach mal gebracht. Was ist nochmal eure Meinung zu der Premium Economy? Ist das ein Produkt, was ihr wählen würdet, weil ihr sagt, hey, der Aufpreis von der Economy Class zur Premium Economy ist nicht so viel? Oder andersrum, ich fliege eh Business Class, ich will Full Flat. Das kommt für mich nicht in Frage. Der Preis von oben nach unten ist nicht so viel. Oder verzettelt sich in euren Augen die Fluggesellschaft, die sagt, ich habe jetzt vier Klassen. Das alte Spiel, das ist also, dass man da halt wirklich zu viele Varianten hat. Eine Sache natürlich, wenn ihr euch fragt, kann ich das buchen, kann ich das in irgendeiner Art und Weise nutzen? Die Antwort ist nein, auch wenn das Flugzeug ist, so werden jetzt 380er ausgeliefert. Ich glaube, drei Stück sollen demnächst kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, es sollen noch Airbusse kommen und diese werden dann die Premium Economy ab Werk haben, also in einem sogenannten Linefit und haben dann diese Besitze nicht buchbar, weil sie nicht in der großen Zahl verfügbar sind. Man müsste dann die Flugzeuge auf gewisse Routen stellen. Ihr wisst ja das Problem, dass wenn man zum Beispiel auch in der Trippe 7 die First-Kabine haben will, die Game Changer, wie Emirates das nennt, dann muss man halt eine gewisse Anzahl an Flugzeugen haben. Das haben sie nicht. Also, im Moment ist es so angedacht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Passagiere mit einem höheren Status diese Sitzplätze bekommen. Wir kennen das ja alle, wenn wir zum Beispiel innerdeutsch aus Versehen, naja, egal, auf jeden Fall, wenn die Lufthansa innerdeutsch 350er oder was einsetzt, dann gibt es da natürlich auch Premium Economy Sitze und so weiter. Also das heißt, dass man da die Statuskunden reinlässt und das kostet halt nichts extra. Und genauso wird das Emirates auch machen. Das heißt also, dass man Statuskunden, wobei ich weiß gar nicht, wenn man bei Emirates Platinum ist oder sowas, fliegt man in Economy, auf jeden Fall soll es halt für Statuskunden benutzt werden. Also, wie gesagt, immer unten schön eure Kommentare reinschreiben und was ihr dazu denkt, zu dem ganzen Thema. Und ich freue mich ganz glatt, dass ihr dabei gewesen seid und dabei seid. Ich freue mich auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Frequent Traveller TV. Bis dann. Ciao.